Ich verbarke dich von meinem Schaum. Jo, was geht? Nein, du sollst hier nicht rein. Habe ich aber verboten. Verboten? Weg. Hässlich aus. Was? Ja, das ist meine Antwort. Ja, ja. Volle Kotz. Warte mal, ich muss da eine andere Fähigkeit mitnehmen, bevor wir jetzt losgehen. Ja. Okay, komm rein. Klingt doch mal relativ schnell. Ist gar nicht schnell. Spaß. Kein Ding. Für einen King. Köhnt! 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 Ich bin Pflanz. Du darfst dich killen. Was? Oh ne ey. Du bist jetzt nicht ernsthaft Zombie. Doch, ich konnte es mir nicht aussuchen. Ich bin Party Mais. Ich bin nicht tot. Ich habe so einen blinkenden Helm. Siegst du denn Helm? Oh Gott. Ja. Da kann ich nie gaten. Hallo? Was bist du denn? Was soll ich wohl schon sein? Oh. Ja, Schnapper oder was? Ach. Ich bin nicht. Der Weg auf der anderen Seite. Ich hoffe klar. Was für ein Putzlappen. Wenn du? Alles gar nicht? Ja. Ich bin weggeleitet. Ich bin fast fast ganz neu. Ich vergeb' mich nicht Aaaaah, ein bisschen tot! Das tut mir aber leid, ich muss jetzt mal den Darts nicht kaputt machen Oh, da komm' ich nicht mehr so schnell hin Ach, vielleicht krieg' ich ja trotzdem noch Ja ne, hör' mal bitte auf Nee, ernsthaft, hör' mal wirklich auf Ich bin nicht mehr mit dem Charakter Ich bin nicht mehr mit dem Charakter Was war's gerade denn, du? Hehehe Mich hat so'n scheiß Schrimpwicht gekillt So'n Schrimpfwicht Ey, ich war fast vor Partymodus Ganz knapp, ey, Stück Scheiße Naja, ist egal Also, wie schwierig das ist Kartoffelplay Ach du Scheiße, ey, sind die Namen Alles klar Was, alles klar? Ja Ja Wer tot? Hjótt, er Hjóttir Hjóttir Láttir Dwarf Hjóttir Dwarf Was ist er auf der anderen Seite? Was ist der Krisen? Was ist der Krisen? Oh, jetzt kämmt da wieder einer, Alter. Scheiße, auf den Gange, die schießen, die könnte ich jetzt so einfach killen können. Ich stand direkt hinter dir. Ach, du bist Archäologe? Ja. Das wäre jetzt sehr einfach geworden. Ja, ich hätte aber voll günstig leben. War besser, du killst mich als so einer. Natürlich ist sie wieder wie ein Unsterblichkeitsmodus. Wo? Wo? Wo war es? Ja, schon wieder tot. Wieder am Camp, Alter. Ja, ich bin es nicht. Ich trau mich, ich bin es. In dem Kampf. Rosi ist auch tot. Ey, weil es das fuckt so ab, wenn da einer auf dem Dach hockt. Das ist so unmännlich, ey. So spielen die kleinen Kiddies, ey. Äh, natürlich spielen nur so die kleinen Kinder. Es ist doch nicht da jetzt. Weißt du, das bist ja auch du. Ach Gott, immer wenn ich in die Richtung glaube, wo Mais ist. Äh. Hä? Ich geb ihm Hülsenhüpfer und er stirbt einfach nicht. Wie zieht das 150? Das hab ich auch schon. Das hab ich auch schon mal gehabt. Er schluckt und schluckt nicht seine Mutter. Ja. 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 Die regeln des Stühls. Ja. Das Stück Scheiße. Nämlich wieder so ein Volltrop Ich schaff den niemals Lauf mal wieder außenrum Jeder ist mein Sonnenblümchen Toll Ich finde, sowas bringt doch gar nichts, wenn die ihn nicht einnehmen lassen Das bringt gar nichts, für beide Seiten nicht Natürlich bringt es eigentlich nichts Aber so kann man natürlich auch relativ schnell dieses Ding gewinnen Und ich muss mich nicht rumquälen, mit dir hier gegen dich zu spielen Aber dann würde man jedes Mal mehr Münze machen, beide Seiten Ja, selbst wenn ich jetzt nicht schießen würde Das ist der Partei und die anderen Oh Mann Ja, super Epic Warlord Relativ deutlich am Schluss Das geht mir zumindest mal raus Natürlich stehe ich nicht drauf, aber es hätte mich auch gewundert, wenn Sandler gewesen wäre Wir gucken sogar Schwelle dazu Und ich glaube, dass ich noch 10 Kills sind, die kriegt, oh mein Gott Wie für mich? Auch 10 Ja, auch nur 10 Ich gucke gerade auf mein Handy Warte, ich muss nur mal ganz kurz schreiben Was wir noch Nachrichten schreiben können, ob das Ding noch läuft Ich bin wieder auf die Pflanze Ich bin wieder auf die Pflanze Ich bin wieder auf die Pflanze Nein, ich will Ich mach das nicht Auf Level 8 Dann Du bist Ja, baby Oh ja What the fuck Nein, du bist total Alles klar Anscheinend. Lauf. Ich sehe dich schon da sterben. Ich bin schon tot, du Penis. Auf Level 8. Jetzt kannst du mich kehren. Hey Donald. Ich versuch den auch mal. Eigentlich soll er ganz gut hier im Mafia- Weil er hat nicht so viel Schuss, finde ich. Oh, wieder so'n scheiß Wicht, ey. Wie cool. Ich hasse Wichte. Übelst OP, die Viecher, ey. Halt! Der Wichser. Heißt, ich hab dir múlust gar nicht mehr. Die múlust ja gar nicht. Nehmst du locker ein. So, Level 2. McDonalds. Die Stadt ist hier gut. Hvað segir ég í Ístætt íra boð? Kenji? Hei, það er það. Hei, það er það. Level 1. Bögen besser aufgehoben. Aber die kommen nicht alle von der anderen Seite, genau so wie ich sie gesagt habe. Alter, heute bleibe ich aber nicht bis 1, 2 oder 3. So, bleibst du sonst immer bis 1 oder 2? Nee, ganz sicher nicht. Ich schreibe schon um 11 Uhr mich weg oder so. Ich bin voll müde. Was, du gehst um 11 Uhr weg? Ich bin müde. Ach so. Damit meine ich, ich geh weg. Wieder überall diese verschissenen Wichte, Alter. Ja, ätzend, wa? Ich könnte im Strahl kotzen, ey. Die sind so klein und ekelhaft, du triffst einfach nicht, ey. Richtig. Er trifft mich in der Luft, der kleine Bastard. Das habe ich mich auch gewundert, dass McDonalds mich reinturig mit seinem Raketenschuss um eine Ecke schießen kann. Er das so klein und ersteufig mit dem diearetast, und er nicht so ein Wissen. Ach natürlich, warum wir uns geheilt werden. Er ist ein Wiggeimann. Und so Billa, Tóts. Der Pony wischt anscheinend Ah, ja, am Campen Oh, das ist da Ey, ich wünschte, ich hätte so viel Skill, Mann Scheiße, Alter Hast du das nicht? Boah, ich wünschte, ich wäre echt so gut, ey Ey, das ist so schwierig zu campen, ne Richtig hart Aber richtig Ich hab ihn jetzt auf jeden Fall geholt Ja, aber Komm schon, das Schiff schwimmt Los, Alex, erzähl mal was Hier den acht Leuten hier So, Level 3 Ah, ja, wir fahren Am 6.6. auf Kasselfahrt nach Holland Oh, hier treffe ich gar keinen Okay, dann nicht Was denn nicht? Ich hab was erzählt gerade Hab ich gehört Natürlich auch nur mir erzählen Das ist aber der Anzieger Alter, wie viel Wichtig Ich geh gleich raus, Alter Die ganze Zeit Schwerkaufsgranate Weil sie nichts im Leben gerissen haben, Alter Boah, Alter, ey Das ist unglaublich Boah, sind das Bastarde, Alter Jeder Einzelne wäre ein Wichtiges Spiel in meiner Gegenwart, ne Ich hab ihn jetzt Wenn Sie das notes Einig Das ist Ich Schon wieder! Ja, den hab ich hier geholt, weil der von Rúmen gekommen ist. Na, ich merkst du noch geholt, weil ich sehen aber, dass der in den Garten sprung ist von oben. Ich bin da schnell geholt. Kommt schon wieder, Eila! Ich bin der Zuschauer. Ich bin der Zuschauer. Ich bin der Zuschauer. Es ist doch scheiße! So hässliche Wichter, ne? Die können alle nix, Alter. Oh, Mann. Sie können nur rumspringen und rumsprayen, ne? Das ist das Einzige, was die können. Was anderes war ich als Wichter war eigentlich auch nicht. Rumspray, ne? Das ist einfach ein Noob-Charakter. Das ist einfach... Dafür brauchst du nichts, ey. Das ist so lächerisch. Das ist bei Osipäuer auch nicht anders. Ja, eben. Jeder denkt, dass dieser Charakter schwer zu spielen ist, ne? Oh, ich hänge hier fest. Da kommt wieder ein Wicht von oben. Oh, ich hab mal wieder, ey, ich hab mal wieder ein Kill, ey. Echt? Naja. Ich hab mich auch gerade extrem gewundert. Was ist das ein Wicht? But it was. Was ist das anwürft? So leitt das, was ich. Was ist das? Oh, WK. Oh, WK. Was ist jetzt sowieso feierabend? Ja, ich glaube auch. Oh, hock mal noch. Ja, ja, dann. Da kommen sie nicht mehr hin. Der Dietenhirsch, ach so, 3-3, nice. Wieder ein Pirat, supi. Auch nicht schwer. Ja, ist ja nicht schlecht. War mir so klar, dass ich die meisten Vorlagen hab, ne? Irgendwann ist du klar. Das kannst du gut, wa? Auf jeden Fall. Ich mag schon, ja. Pfff. Hat das mit der Tag, oder mit dem Lacken, oder wie er das da sagt, das kann ich nicht ändern. Das ist bei jedem immer unterschiedlich. Wie stark, sag ich mal, die Internetleitung bei dem anderen ist. Ja, heute hast du noch nicht einmal gelackt bei mir. Nein, ich meine, weil mir Jolan gerade geschrieben hatte, dass, weil er sich den Stream anguckt, und er meint, hängt übrigens. Aber das kommt ja immer drauf an, meiner Meinung nachher, wie die Upload-Geschwindigkeit, sag ich mal, bei demjenigen ist. Davon hängt es ja ab. Ja. Aber ich will jetzt meinen Himmelskämpfer aufrüsten. Oh Gott, der ist so kacke. Da hab ich schon wenigstens auf Spezialist, hab ich die 20.000 Münzen. Vielleicht krieg ich ja heute nur eine Million Münzen voll. Aber du hast noch nicht mal eine Million. Ich hab 890.000. 896.000. 105.000 und dann hab ich die Million. Und wenn das Objekt rauskommt, direkt alles verballern, wenn ich diese Gift-Citron bekommen. Und er hat eine Million und man kriegt gar nichts. Das kennt er ja dann schon. Ich wollte den ersten Kill machen. Das war aber meiner, glaub ich. Ey, Mensch. Immer. Jetzt können wir uns den ersten Kill teilen. Ich weiß nicht, was zuerst gilt. Aber ich geh mal davon aus, dass es dann zwei Erst-Kills schlägt. Wie eine Spiel-Jaht, dann hieß. Nein. What? In the early days of the day of the day of the day of the day, day at night. So if we all the time to day, we're not going to die. Was he okay? He will never write it when he says he will have to write it. But in the day, he will never write it when he is a god. We are going to write it in Haft. Halt was? Ich würde mal sehen, ob ihr das hättet. Ich wundere, dass er die ganze Zeit auf mich schießt. Alter, aber mir läckt das Sonnen wieder rum. Und? Die ganze Lobby buggt. Ja, die ganze Lobby backt gerade Echt? Finde ich gar nicht so krass War gut In die andere Richtung Boah, weg hier Eine scheiß Bohne Hvernig er í gatan? Og mann í Buneadóttum er eitthið í rík? Bátti dron Ski lengst honna Hvað er það? 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 Ég bin ichi da langt lópen Ja, eben Smáleifæse schlägnið að Hvað er það? Hvað er það? Hvað er það? Hvað er það? Egal, ich bin auf das Sein. Das ist wieder eine Schnaufe. Na, aber ich bin ja drin. Ich wollte dich eigentlich killen, aber ich kam dazu irgendwie nicht. Er ist die Legaten hier rein? Euch kann ich heilen. Eitja, du hlut gerade schon schrein, ja? Du hlut schon schrein? Ja so heimisch Jetzt bin ich eh tot Jetzt nehme ich den anderen Charakter mal gucken Oh der Steve Oh 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 Wie'll Oh My Einmal, mein Mann. Ich broskina Heinem. Oh shit. Hölt mér. Was hat in diesem Spiel Unendlich Leben? Ich definitiv nicht Keine Ahnung Eine Chili-Bohne Was hat in diesem Spiel Unendlich Leben? Ja, die macht ja immer selbst mal Wenn du auf die schießt Das ist die zielische Berührung Die bekommt Hintenmarker Die ist unsterblich Ach, da kann ich wegholen, aber Obwohl ich weniger habe Ja gut, das macht auch vieles Heilen aus Hier war doch eben ein Mais Da war er Ach du es Ja schön Oh Alter, warum spielen wir mit einem Charakter, den man auf Meister hat? Das kriegt doch gar nichts Äh, was machst du denn, wenn du selbst 5091 bist? Willst du denn auch das Spiel? Der ist nicht so hoch Ich meine, wenn du alle Charaktere hast Ich frage nur mal, was machst du denn? Gut, du kannst viel Spaß machen, aber Also ich würde auch mal Auch wenn ich alle hätte Das ist ja nicht Ja gut, der Kollege Aber die Bei die Eis-Erbs war richtig schlimm zu leveln Geht sogar noch einigermaßen an Einmal Ähm, Geilste finde ich eigentlich Wie gesagt, dieses Elektro-Ding Aber Alle finden die total scheiße Ich mag die Die, was findest du gut? Die Elektro-Erbse Boah, ich hasse dir Ich bin die total cool Und du brauchst noch niemals Skill dafür Du fließt einfach in eine Richtung Und dann ist der Gegner eigentlich schon hin Ach Richtig viel musst du nicht Also wenn ich Ich würde gar nicht irgendwie mit der Erbse Ach krass die Dom Das regelt euch doch vor Mann Wir sind ja hier wie im Kaufhaus Er hat zuerst durch die Tür gekommen Hat gewonnen oder was Ja klar Der ist doch eine Art Der gehört mir Das übelst angeht Ich krieg's doch mal Oh, ich sterbe jetzt Jetzt haben wir auch kein Licht im Team Ja, wir haben kein Licht im Team Ich hab eigentlich meine Stinkwolke gekillt Alles klar Jemand heilen hier? Wer kommt denn da nicht näher? Ich kann grad nicht Oder ich kann nicht heilen Nee, du apg Ich werbe jetzt Ah, keiner Das Heilen sollte sich mal Er ist immer Er ist immer Es ist Er 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 ist Das sieht ja noch ganz gut aus, Waddel, ja. Scheiße. Scheiße? 6% Die hattest du noch? Ne, mein Gegner. So schnell kann ich ja auch nicht rechnen. Ein Kill. Ah, hann fyrir mich so auffrein, ne? Er ist toll, ich glaube ich. Warum machst du das? Ich stehe sowieso direkt hinter dir, ich bin direkt hinter dich, Spawns. So, ja, stimmt. Das ist der Ende, das Ende war. Ah, Vorlagen, Vorlagen, Vorlagen. Hey, die sind also gut aus dem Krieg mit dem mera als ich selten, sag ich mal. Eins, ich glaube ich. Eins, ich geheiß auf dem. Detilenste kóla, sieg. Vannett, ich schaue noch Weisheitstipps hier. Erst du doch gehört? Hä? Hast du gar nicht gehört. Du müde bist, sollst du Cola trinken, soll ich dir ausrichten. Achso, ich habe gestern Kaffee getrunken. Hat gut geklappt, da war ich bis halb zwei Wochen. Soll ich dir ausrichten. Jetzt habe ich dich wieder nicht verstanden, weil du rumgelegt hast. Achso, schrieb mir nur einer, dass du Cola trinken sollst. Ja, das habe ich nur verstanden. Mér habe ich mich gesagt. Oh. Ja. Mal sehen, ob ich nur Level 8 hinkriege mit dem. Da bin ich noch weit entfernt. Ja, wie deine Gift-Apps am Campen, Alter. Ja, das wäre ja nicht neu. Das wäre doch nicht neu. Und dann ist es so gut. Und dann ist es so gut. Ich bin noch nicht ganz gut. Aber ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht so gut. 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 Mag ich immer, wenn die Leute reitig ruhig geheilt werden wollen, aber dauernd mitrennen. Ich bin ja nicht weggelaufen. Danke, Zuckerpöppchen. Wieder die scheiß Gifterbse, Alter. Oh ne, oder? Ich könnte gleich um den Strahl kotzen, Alter. 3 zu 2 für euch gegen einenjenigen. Der hat mal einen richtig ekelhaften Porno gesehen. Da hat so ein Mann so einer fetten Frau voll in den Bauchnabel gefickt. Entschuldigung, was ist denn, wenn jetzt hier Minderjährige zu gucken? Nur mal so nebenbei. Egal, dürfen die gar nicht. Ach so, die nicht. Zugucken? Ja, darf ich zugucken. Ich glaube, dass sie es. Total geil. Er regt mich richtig. Ach so. Bauchnabel, Fick. Möchtest du auch mal abkriegen, ne? Tut ja. Super gerne. Glaube ich dir sofort. Danke. Hatte nicht jeder. Kann nicht jeder von sich behaupten, nachher. Ich wurde ein Jungfört, ja, wo denn? Ja, im Bauchnabel. He he. Heim ist er undig. Ich wurde ein Jungfört. Ich werde ein Jungfört. Ich habe ihn geiket. Er ist das dann und ich. Was war, Você? Ich habe ein Jungfört. Das war ein Jungfört. Ich habe ein Jungfört. Alles klar, er ist auch runtergesprungen. Ne, ne, der Kaktus stand da, aber ich hab die... Oh, Vorlagen, Vorlagen, Vorlagen. Kriegst du doch mal andert? Nein, irgendwie nicht. Also wenn wir unser zehntes Let's Play gemacht haben mit Garden Warp, dann besaufen wir uns. Oh, wow. Zehn Abonnenten Special. Nicht Abonnenten, sondern ich meine die Videos. Ja, warum sollen wir uns so besaufen? Versteh ich nicht. Also sechs müssten es jetzt eigentlich schon sein. Über sechs. Ich freu nicht mehr, ob du spät. Ich will die ganze Zeit das Ding schieben, Aber es geht nicht. Geht nicht. Das sind zu viel. Rage Ist egal Wollt ihr das jetzt mal rüber zu habsen? Ein Schnapper Supergeil Das funktioniert mit dem Reinschreiben in den Chat nicht mehr, weil irgendwie schreibt keiner, das sind zwar dauerhaft irgendwelche Reinschreibungen zu genauen heute Niemand interessiert sich für uns Hvað er það gennig? Hvað er að kynna á þeirra var það mann fett rann frem og það er gennig? Hvað er ennig? 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 Ach, aber es ist immer wieder schön. Ach, aber es ist schon wieder schön. Vielen Dank. Ja, hatten wir. Guck, Guck. Dann bin ich ganz zufrieden. So. Gluck, 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 gluck. Ich hab nur sowas ähnliches. Ich hab hier Mezzo-Mix-Sort. Sowas hab ich hier. Ja, hab ich auch nicht. Ich find sogar... Pepsi schmeckt besser als Coca-Cola. Aber ich find Coca-Cola ist mir mittlerweile echt zu süß. Pepsi hat noch so echten Cola-Geschmack. Ja, Pepsi ist aber... So schnell ein. Ich bin auf dem Zettel. Ich bin auf dem Zettel. Ich mach hier schon ein paar Fallen rein. Falls du siehst, die durchmarsch machen. Die verschwinden eh nach einer Zeit. Ja, sauber. Der hat mich fast weggeholt. Das kleine Kind. Du meinst, der Wichter? Äh. Ah, da kehren schon wieder einer unserer Elektro-Brains. Der wird so heftig. Warum kann ich dem nicht killen? Ah, jetzt ist er tot. Macht aber wesentlich mehr. Aber ziemlich krass. Über Zufall, das war nur der Alex, falls jemand wundern sollte. Ich mach so ne Sauer rein, nicht. Aber du vergewaltigst einen Nonnen. Sag mal ruhig. Was ist... Du vergewaltigst einen Nonnen. Scheißt ihn dann ins Gesicht. Eins ist aber, das mach ich, ja. Schwester. Schwester, nein, was tun Sie, was tun Sie? Weil würde ich nie... Ich lade mal Slender in die Party ein. Er will irgendwas. Wenn man redet von Nonnen, schon hat man 50 Zuschauer mehr. Slender, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal hier, äh, Kommunikation an. Da bei der Party so einen Haken. Okay. Jetzt kann man nicht richtig... Das war ja Stream, ne? Stream, der laggt übel. Der laggt. Ja, der laggt richtig. Guck ihn dir mal an. Du kannst ihn gar nicht gucken. Wie viel zu schon? Wie viel zu schon heißt Opa? Ja gut, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, aktuell hab ich jetzt 8. Also, so schlimm kann es nicht sein. Ja. Also, wenn ein 8 Zuschauer ist, der kann ein bisschen schlimm sein. Guck dich den mal an. Guck dich den mal an. Ich selber kann ja meine Streams angucken. Das kommt aber immer darauf an, wie deine Upload-Geschwindigkeit ist. Wenn deine Upload-Geschwindigkeit scheiße ist, kannst du keinen einzigen Stream sehen. Slender, du hast sowieso ne schlechte Leitung. Ja, aber andere Streams kann ich ja flüssig gucken, aber eure nicht. Und heißt, Opa kann ihn übrigens auch nicht flüssig gucken. Ja, der hat auch ne schlechtere Leitung. Ja, zumindestens, sag mal von Abdoad-Geschwindigkeit her. Wie heißt nochmal der Kanal? Hm? Wie der nochmal heißt, dein Twitch-Kanal. Ist der Basketman-HD. Aber er kann die Geschwindigkeit nicht, oder die Qualität nicht runterschrauben. Ich hab schon das Empfohlenste, sag ich mal. Und bis jetzt hat sich sonst noch keiner beschwert, sag ich mal. Also es gibt kaum Leute, die sagen, äh, ich sag mal, äh, 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 äh. Äh, was? Oh, das kann natürlich sein, dass es jetzt... Oh, das kann natürlich sein, dass es jetzt... Oh, ich glaube nicht, dass es wegen der Knick ist. Also grad geht's eigentlich. Ich hab ihn jetzt nochmal angemacht. Das bleibt ab und zu hängen und muss laden, aber sonst geht's. Ja, gut, jetzt, äh, ist ja das, weil hier oben steht, dann zeitverzögert. Aber das kann ich leider nicht ändern. Das ist auch, ob ich die höchste Stufe oder die niedrigste Stufe einstelle. Das ist egal, was ich dann mache. Das ist immer zeitverzögert. Äh, ich kann das nicht... Ich bin immer kein Professioneller. Das ist immer normal. Ja, ich bin nur noch kein Professioneller YouTuber, sag ich mal. Wo das bei allen anderen anders aussieht. Alles, was wir sagen, kommt bei den Zuschauern auch erst viel später an. Drei Sekunden oder so. Das ist sowieso. Also, die Zeitverzögerung hast du immer. Du hast doch auch bei Gronkh zum Beispiel. Ich will das nicht aufnehmen. Ich kaufe auch an PVZ. Ja, du machst es. Der Party mal ist übelst nice, ey. Auch wenn der schwächste von allen ist. Auch wenn man in meiner Abitur... Schlecht ist er jetzt auch nicht. Ach, bin ich froh, wenn die mir die jetzt Charaktere... Schnellchen. Ich bin schon froh, wenn die nicht so einfach zu trinken sind. Oh, scheiße. Ach, jetzt bist du getrössend. Ich wollte nur joggen gehen. Oh, mein. Ich weiß, ob ich es verk... Aber diese Frühstücks-Brains ist total eine Kacke, also du tust... Kannst du noch machen. Haben wir erst ab elf. Natürlich. Ich gehe jetzt nur joggen. Auch in einem Pädophilen, weil die vergewaltigen. Ja, mindestens. Michael kommt dann ganz schnell. Ich komme da schon. Das ist immer der Comic schon. Ich weiß, die hat den Arsch. Weg hier. Ich komme hier überall hin. Das ist mir scheißegal. Ich versuche es zumindest. Ich komme zwar schnappern, nicht überall hin. Ja, das war zu spät. Ja, aber schneller ging es nicht. Warte, ich gehe mal vorzubauen sein. Ich habe wieder ein Video geschickt. Ich wusste gar nicht, dass man den mit... ... 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 Ich kann es nicht. Wenn ich mal weiter weg schieße, treffe ich niemanden. Das ist Arschloch, Alter. Warum? Auf mir so ekelhafte Bilder zu senden. Okay, okay. Lass mich mal rein. Lobby ist... Nee, ist gar nicht... Was? Ganz so beintreten, wie so eine Pflanze. Das Bild war doch nicht ekelhaft. Das war doch total toll. Da steht es doch drauf. Entschuldigung. Ich weiß, was du mir gesendet hast, Alter. Hat nur schon jeder. Das ist richtig ekelhaft, wie das gesendet hat. Ich würde mich sperren, Leute, wegen dir. Dann kriegst du wenigstens den Ager. Richtig ekelhaft, Alter. Ich schwöre, wenn du das wüsstest, was das war, ... ... ... Oh, mein... Hey, mein Aimer hat sich verbessert. Lach mal. Lach mal. So. Vorne sind welche. ist der teleporter im arsch oder weißt du das nicht ja auf der teleporter im arsch ist jetzt ist er vorbei mach bring den nicht mehr mach bring den nicht mehr nicht mehr nicht mehr nicht mehr nicht mehr nicht mehr aber es ist Slender Slender, was ist das? Schick mir bitte nicht noch mehr so ekelhafte Bilder Alex, geh nochmal online auf Rote Ja, bin ich Und was? Junge, ich kann nicht spielen wegen German Schau mal jetzt auf, das macht man nicht Ich bin schon wieder tot Aber die Stimmung ist gerade im Keller wie bei Fritz Du bist meine Tochter Ja, du bist meine Tochter Habe dich so lieb und so höre ich deinen Kummer schreien Deine Hilfeschreie verbreiten sich im Keller rum Du bist meine Tochter Kennst du das Lied, Micha? Höre so gut wie die Musik Naja, kann ich da nicht mitlesen Das kennt er bestimmt Oh Mann Glaub ich nicht, dass er das kennt Ähm Da bin ich Warum lädt das hier gerade eigentlich so lange? Bei mir? Weil wir gerade gewonnen haben Äh, verloren Ja Ja Deswegen wahrscheinlich Wie ich einfach nur 15.000 gekriegt habe Oh, du hast eine Wiederbelebung und bist Meister Krass Hehehe, ich kanns ebenso Oh Boah Ich glaub noch 2-3 Runden und dann geh ich auf Slender warte jetzt noch 30 Sekunden und dann tritt einfach nochmal bei Hehehe Wenn du aufgehst, dann bringt das eh nichts Ich kann dir nochmal Fifa, ne? Wir können nochmal Fifa Wenn du willst Nein, heute nicht 1-2 Runden Oh Oh My turn I should just build my high soul I should just build my high soul Oh, jetzt bin ich Zombie, sowas Blödes aber auch. Verdammt, ja. Sobald gab es. Oh, dieser Captain-Kanone, ne? Ich probier den jetzt mal aus. Ich glaube, der ist übelst für einen Kampf. Standard, Pirat. Nee, nee. Hey, wenn man mit dem trifft, ist der übelst. Ja, Mann, wenn man mit dem trifft, ist der richtig gut. Er macht 40 damage, ey. Ich glaube, der ist in dem Ding, ey. Ich habe das. 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 Die sollen doch lieber dich töten. Aber teile ich dich über Weg hier, ich will selber den Arschritten. Wann versuchen wir jetzt? Er ist nicht auf den Strandstörs. Er ist nicht auf den Strandstörs. Er ist nicht auf den Strandstörs. Er ist mittlere Distanz, denke ich mal, ja. Er kann auch das, ja. Der sollte ich spüren die Piraten zu selten. Nein. Ich kann mit dem gar nicht, Alter. Ja, der ist eher sehr mittler bis in der Distanz. Ja. Ich gebe dir jetzt mal drauf. Ich habe hier noch das Fass und die Kanone. Richtig. Da könnte man ja zumindest noch was reißen. Ja, das ist ein Jungfernhautchen auf jeden Fall. Ich würde gerne mal nach Österreich. Ruhe Berge. Jetzt wird dich da drauf. Ja. Einfach so. Ich auch gerne mal im Keller. Ja. Fritz. ... ... ... ... ... ... Ich kann nichts mit dem Kanonentypen, das ist richtig scheiße. Kannst du mit dem nicht? Nein, nicht wirklich, klappt gerade gar nicht. Nichts. 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 Ich hab, bleib liegen Ich steig auf mein treues Gestür, wo der süße Samen rüge mich ganz gut geklärt Ich schaube dich Ich schaube dich hey, jetzt zeigt mal einen witz, leute du bist zu leise, was? oh ja, warte ich schaue junger wo warst du diesen Bart her? es ist immer ein Hitler es ist immer ein Hitler steig auf mein treues Gestüb, wo der süße Samen blüht leute, das ist eigentlich echt auf YouTube hoch ja, jedes Mal ich sehe, keine Ahnung oh man, ich bin total schlecht mit dem, ey ich merke schon, ja ich glaube, das wird neben meinen ich bin total müde auch das zählt also nicht morgen mache ich die Aufgabe, morgen mache ich Schimpel ich habe die meisten Kills das ist das erste Mal seitdem ich in der Lobby bin oh das war's mein kill ich glaube ich haue mal meine Ohne Hase, hab ich noch gar nicht gemacht. Hattest. Ja, du bist nicht mehr so mutter wie noch vorhin. Ja, du bist nicht mehr so mutter. Oh, ein Stück Scheiße, Mann. Wie schnell nehmen wir denn ein, Alter? Ja, du brauchst mich noch nicht mehr bemühen. Ich ahne, ich würde helfen. Die Pflanzen sind so schlecht. Ohne Hase, ich gehe auf. 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 Was war das denn? Der kriegt sich gar nicht mehr einfallen. Der schickt mir die ganze verlegene Bilder, Mann. Die sind so ekelhaft, Alter. Ist so. Der eine sieht aus wie so ein richtig ungewaschener Bastard. Warum schickst du mir so Bilder, Mann? Was sind das für Menschen, Alter? Manchmal will man gar nicht wissen, wo er sie her hat. Das brauche ich auch nicht, ja. Bestimmt auch so ein Pornoseitchen mit so Insta. Wahrscheinlich, ja. Das glaubst du auch mittlerweile, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das wirst du mit dir aussehen, die Leute. Ja, du stehst da drauf, ne? Weich? Du stehst du. Er steht auf Bockwürstchen, Alter. Ach so. Richtig dicke, saftige Bockwürstchen. Ich stehe so auf, ähm, ungepflegte Männer mit Stirbeband und großer Nase. Stehe rechts drauf. Was lapperst du jetzt schon wieder? Was lapperst du jetzt schon wieder? Nöö. Nöööööööööö. Hier, hänt Reality ded gehabt den Head Jest oder keine Ahnung, wie der jetzt ausgesprochen wird, la außer weren't weですね. Lässt du das eigentlich auf YouTube hoch? Ist korrekt. In Stream? Ok. Richtig. Also können wir uns das jetzt alles anhören? Auf YouTube? Trinkjerudich könnte das tun, ja. ok das ist gut da freue ich mich schon drauf hey wieso ja gut wenn ich einen neuen habe der hat abonniert warum nicht mein Gott und wann lässt du das hoch dann irgendwie muss ich da auch reinkommen wann lädst du das hoch woch glaube ich ja damit hoch ok ich sammel das meistens immer erst und dann naja ich glaube ich geh da mal raus gut ich muss das Profilbild nehmen einfach wie soll ich das Powerflush ja das ist bestimmt sein Pfad guck mal wie ähnlich ja 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 was hat die frank gesteigen äh na gut er hat jetzt keine grüne obwohl der eine so ein bisschen der nase ach so was ist der schleim oder der nase ich weiß nicht was das ist die sich echt ähnlich der frisur ja auch ein bisschen die beiden in der weiße wand als hintergrund ein zufall und der ausschnitt ja so würde ich auch gerade sagen ja